Ach, Patricia, ich kann dich so nachvollziehen. Ach, du grüne Neune, die rüppel kommen. Ach, ach. Oh, was haben wir denn hier an? Dumm abweh. Das ist jetzt im Hund. Heute Abend steckt ne fette Party und raten wir, wer nicht eingeladen ist. Ganz genau du und setz dich wieder hin. Ich will eh nicht zu eurer Scheißparty, weil um 20.15 Uhr kommt eh Harry Potter. Du kleiner Loser. Jeffrey lasst meine Brille. Viel Spaß beim Harry Potter gucken. Ohne die kann ich nicht...